Papa und ich fliegen nach London und kaufen da eine Wohnung. Hä? Du musst doch nur auf Papas Platon aufpassen. Pucci nehme ich ja mit. Das Vieh? Ja, das Vieh. Aber Schatz, wir wollten doch morgen uns hier eine Wohnung kaufen. Renki, du zerknitterst alles. Geh jetzt weg, ich muss packen. Okay, aber ich will nur sagen, ich meine, Hanno, wir sind doch zusammen. Warum? Auf einmal willst du nach London? Wir haben doch hier alles, das macht gar keinen Sinn. Ich habe mich gekümmert. Das ist ein gutes Ding. Dann sag das halt ab. Halt. Papa hat gesagt, das ist ein viel besseres Investment. Und weißt du was? Das ist in Notting Hill. Da, wo die gedreht haben, die blaue Tür. Weißt du? Ja? Ja. Du schwitzt ja richtig. Du nimmst sicher, als ob du deine Tage hättest. Und entspann dich. Ich spring noch schnell unter die Dusche, dann muss ich los. Nein. Tschüss. Ufff. Vielen Dank.